herzlich willkommen zu diesem kurzen windows 11 grundkompetenz im video ich möchte dir jetzt zeigen wie man bestimmte webseiten wenn man die url kennt das internetadresse kennt auch eine webseite aufrufen kann ohne dass man die suchverschiene verwendet ich habe hier mal bei mir google chrome google aufgerufen wenn ich hier zum beispiel eine seite suchen möchte wie wir lernen gehe ich rein und er schlägt mir ein paar seiten vor ich könnte sie hier rauf gehen rechte maustaste neuen tab öffnen und hauptsächlich geöffnet wenn ich das rest aber hier kenne dann kann ich hier direkt oben diese adresse schon eingeben und muss meine eingabe nur bestätigen mit enter und ich springe schon zu dieser seite und so gesehen kann ich das dann abkürzen ja und das war schon danke für deine aufmerksamkeit und wir sehen sicherlich bald im nächsten video wieder